Minnedienst Während dort im hellen Saale Lust berauscht die Gäste wogen, hält ein Ritter vom Gedränge einsam sich zurückgezogen. Wie er von dem Sofa aufblickt, wo er ruht in Gedanken, sieht er neben sich die Dame, der erdienet, sonder Wanken. Sind es Sterne, sind es Sonnen, die in meiner Nacht sich zeigen, sind die Augen meiner Herren, welche über mich sich neigen? Schmeichler, Schmeichler, Sterne, Sonnen sind es nicht, wovon ihr dichtet, sind die Augen einer Dame, die auf euch sie bittend richtet. Herz und Klinge sind euch eigen, Schickt mich aus auf Abenteuer, heißt im Kampf für mich bestehen, Riesendrachen, Ungeheuer. Nein, um mich, mein werter Ritter, Soll kein Blut den Boden färben. Um ein Glas Gefrorenes bitte ich, Lasset nicht vor Durst mich sterben. Herrin, in dem Dienst der Minne wollte ich gern mein Leben wagen, aber hier durch das Gedränge wird es schwer, sich durchzuschlagen. Und sie bittet, und er geht, kommt zurück, wie er gegangen. Nein, ich konnte, hohe Herren, kein Gefrorenes erlangen. Und sie bittet wieder, wieder wagt er's immer noch vergebens. Nein, man dringt durch jene Türe, mit Gefahr nur seines Lebens. Ritter, Ritter, von Gefahren sprachet ihr von Kämpfen, Schlachten, und ihr laßt vor euren Augen ohne Hilfe mich verschmachten. Und ins wogende Gewühle ist der Ritter vorgedrungen, dort verfolgt er einen Diener, hat den Raub ihm abgerungen. Und die Dame schaut von Ferne, wie mit hochgehaltener Schale er sich durch den Reigen windet in dem engen, vollen Saale, sieht in eines Fensters Ecke glücklich seinen Fang ihn bergen, sieht ihn hinter die Gardine ihren Augen sich verbergen, sieht ihn selber dort gemächlich das Eroberte verschlingen, wischen sich den Mund und kommen, ihr betrübte Kunde bringen. Gern will ich mein Leben wagen, schickt mich aus auf Abenteuer, heißt im Kampfe mich bestehen Riesendrachen, Ungeheuer, aber hier, o meine Herren, hier ist alles doch vergebens, und man dringt durch jene Türe mit Gefahr nur seines Lebens. Sprechner Vielen Dank.